Mein Name ist Ansgar Kromig, ich bin Chefarzt in der Visceral- und Allgemeinchirurgie im Asklepios Klinikum Harburg. Unsere Abteilung bietet letztendlich das gesamte Spektrum der Visceralchirurgie an, der Bauchchirurgie, mit Ausnahme der Speiseröhrenchirurgie. Die unterschiedlichen Schwerpunkte in diesem Fachbereich werden durch meine sehr erfahrenen Oberärztinnen und Oberärzte abgedeckt. So haben wir Experten für minimalinvasive Dickdarm- und Enddarmchirurgie, die häufig auch mit dem Da Vinci Operationsroboter durchgeführt wird. Dann eine komplexe und sehr erfahrene Hernienchirurgie, eine Schilddrüsenchirurgie und mein persönlicher Hauptbereich, meine persönliche Expertise liegt in der Bauchspeicheldrüsenchirurgie, wo wir in einem interdisziplinären Zentrum zusammen mit unterschiedlichen Fachbereichen wie der Gastroenterologie alle gutartigen und bösartigen Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse behandeln und mit unterschiedlichen minimalinvasiven und auch offenen Operationen behandeln. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail oder rufen an. Ich freue mich auf Ihr Feedback.